Hallo liebe Followerinnen und Follower, willkommen zu einem neuen Video mit Calliope Mini und Mini. Hallo Herr Professor, ich versuche gerade mit Calliope ein Programm zu schreiben und ich habe ihn sogar schon mit dem USB-Kabel am Computer angeschlossen. Okay, du brauchst wahrscheinlich mein Passwort, Moment. Ja, bitte. Ganz einfach, Calliope Mini Rocks. Aber hey, wenn du schon hier bist, ich möchte gerade ein neues Video für meine Follower drehen und könntest du vielleicht im Open Roberta etwas programmieren und ich flimme dich dabei? Natürlich. Ja, das wäre super. Geht's. Gut, fangen wir an, wie wir in den Editor Open Roberta kommen. Öffne dazu den installierten Browser. Tippe in die Adresszeile die folgende URL ein. Prompt wirst du nach der Plattform gefragt, die du verwenden möchtest. Wir wählen Calliope. Hier musst du noch die Version deines Calliope Minis auswählen. Unser Calliope Mini ist von 2017. Ein Computerprogramm besteht aus bestimmten Befehlen, vergleichbar mit den Wörtern einer Sprache. Diese sind von Programmiersprache zu Programmiersprache verschieden. Alle Befehle, die du für die Programmierung des Calliope Minis verwenden kannst, sind in verschiedenen Kategorien aufgeteilt. Diese siehst du auf der linken Seite. Wenn du auf den Stern klickst, stehen dir mehr Kategorien und Befehle zur Verfügung. Aber für dieses Beispiel reicht uns erstmal die Basisansicht. Unser Calliope Mini soll, wenn Knopf A gedrückt wird, die RGB LED einschalten und den Text Hallo Licht ausgeben. Klicke auf die Kategorie Kontrolle und ziehe den Wenn Mache Block auf die weiße Programmierfläche. Insgesamt gibt es bei dem Block vier Undockmöglichkeiten. Oben für das, was davor passiert und unten für das, was danach geschieht. Bei Wenn fügst du die Bedingung ein und bei Mache den Teil, der ausgeführt werden soll, wenn die Bedingung erfüllt ist. Die Bedingung in diesem Beispiel ist, dass der Knopf A gedrückt werden muss, um den Rest des Programms auszuführen. Also klicke auf die Kategorie Sensoren und ziehe den Block, Taste A gedrückt, neben das Wenn. Die beiden anderen Befehle findest du in der Kategorie Aktion. Ziehe den Block Zeigetext und schalte LED an in den Mache-Teil. Nun kannst du noch den Text verändern, indem du in den Textblock klickst und Hallo Licht hineinschreibst. Da man aber ständig überprüfen muss, ob die Taste A gedrückt ist, packen wir unser Programm in eine Endlosschleife, die unter Kontrolle, Wiederhole unendlich, zu finden ist. Zuletzt müssen wir unser gebasteltes Programm noch mit dem Startblock verbinden, damit es auch ausgeführt wird. Jetzt könnt ihr euer Programm in der Simulation testen, ob es später wie gewünscht am Calliope Mini funktionieren wird. Hat alles geklappt, könnt ihr anschließend das Programm auf den Calliope Mini spielen. Dazu müsst ihr ihn natürlich erst anschließen, was ich euch bereits gezeigt habe. Euer Programm könnt ihr herunterladen, wenn ihr auf das Play-Symbol klickt, gefolgt von einem Rechtsklick auf Nepo-Proc, wo ihr im Menü Zielspeichern unter auswählt. Als Ziel müsst ihr jetzt nur mehr den Mini aussuchen. Damit habt ihr das Programm auf den Calliope Mini übertragen. Wenn ihr euer Programm auf den Calliope Mini ladet, wird euer altes Programm automatisch überschrieben. Mit dem Reset-Knopf startet ihr das Programm neu. Sehr gut. Das war wirklich gut, Mini. Danke. Aber rein aus Interesse, was war denn für ein Programm auf dem Calliope Mini? Ihr Wecker. Aber der Ton hat mich sowieso genervt. Mein Wecker? Mini, ich hatte das nicht gespeichert. Weißt du, wie anstrengend das ist zu programmieren? Mini! Mini! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wie wird das Parad profession José D Award auch displayiert? Für uns und besser sagen. Die Untertitelung des ZDF für funk, Assessor und 1970 inaltOME Musionum der ZDF für funk,ownerhinterostiv Sky